Ist das Leben einer Autobahn immer schön geradeaus, dann ist unser Glaube keinen Prüfungen ausgesetzt. Geht es aber rauf und runter, rein in die dunklen Sackkassen, durch das Tal der Todesschatten, von dem David in Psalm 23, Vers 4 spricht, dann wird unser Glaube geprüft. Bleiben wir aber am Ball, wird unser Glaube immer stärker. Gott hat uns nicht als Glaubensroboter geschaffen. Wir kennen als Christen auch die Schatten des Zweifelns. Wenn Zweifel aufkommt, dann befindest du dich in guter Gesellschaft. Auch Frauen und Männer der Bibel kannten den Zweifel und kämpften gegen ihn an. Ich denke dabei wieder an Johannes dem Täufer, von dem wir im vorherigen Video hörten, wie er als eine Stimme in der Wüste auftrat, um Menschen auf den Messias vorzubereiten. Er erlebte eine Erweckungsbewegung unter den Juden. Aus den Städten kamen sie, um ihn zu hören, und er taufte viele Menschen. Selbst die religiöse Elite aus Jerusalem sandte eine Delegation zu ihm, um ausfindig zu machen, wer er denn sei. Johannes der Täufer hielt an seiner Berufung fest und machte immer deutlich, dass er nicht Elia sei, nicht der Messias, sondern einer, der den Weg für den Messias ebnet. Er durfte sogar Jesus taufen und konnte die Menschen auf Jesus hinweisen. Sein Dienst war durchdrungen mit einer Botschaft. Aber genau dieser Mann gerät trotz seiner hohen Erkenntnis in Zweifel. Als er von Herodes ins Gefängnis geworfen wurde, da hörte er nur noch von Jesus durch die Berichte seiner Jünger. Es musste ihn sehr berührt haben, als seine Jünger ihm erzählten, wie Jesus in Nain, den Sohn einer Witwe, auferweckt hatte. Johannes würde allerdings gern von Jesus persönlich hören, was das alles bedeutet. Deshalb schickte er zwei seiner Jünger mit der Frage zu Jesus, bist du der, der kommen sollte, oder sollen wir noch auf einen anderen warten? Er, der Täufer, der doch dabei war, als der Geist in der Gestalt einer Taube auf Jesus fiel, er, der doch die deutliche Stimme des Vaters hörte, Dies ist mein geliebter Sohn. Er gerät in Zweifel. Der Zweifel machte ihn unruhig. Kennen wir dies nicht auch? Wir lesen die Bibel, wir glauben an Jesus, wir bauen fest auf den Verheißungen Gottes, aber dennoch kann Zweifel aufkommen. Könnte es sein, dass Johannes der Täufer den Zwiespalt zwischen seiner Botschaft und seinem Zustand nicht ertragen kann? Er kannte die Prophezeiungen gut, dass der gesalbte Gott ist ein König und vor allem ein Befreier sein sollte, aber er selbst musste im Gefängnis schmachten. Vielleicht zweifelte Johannes auch daran, dass seine Mission noch nicht ganz erfüllt war. Sah er sie durch seinen Gefängnisaufenthalt unterbrochen? Johannes möchte unbedingt wissen, ob nach Jesus noch jemand kommt, der sozusagen seine Nachfolge antritt und die Prophezeiungen über den Messias vollständig erfüllt. Der Täufer Johannes ist in Not, aber er tut genau das Richtige. Er sendet seine Jünger zu Jesus mit seinen Fragen. Genau so dürfen wir es auch mit jedem Zweifel tun. Geh und sprich mit Jesus darüber. Schütte dein Herz vor ihm aus. Die tiefen Schichten deines Herzens, in die kein Mensch hineinschauen kann, lege sie ganz offen im Gebet vor Jesus aus. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Musste sich Johannes der Täufer fürchten? Wird Jesus seinen Zweifel tadeln? Wird Jesus ihn ermahnen? Ihn vor allem bloßstellen? Wie kann so ein Mann Gottes zweifeln? Nein. Jesus antwortete auf die deutlichste und hilfreichste Weise, wie nur er es tun konnte. Er gibt dem Johannes ein Wort. Er sagte, Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Johannes kannte die Schriften gut. Er wusste, dass dies ein prophetisches Wort über den Messias ist, aus Jesaja Kapitel 61. Mit derselben Bescheidenheit, mit der Johannes einst auf die Frage nach seiner eigenen Identität mit einem Jesaja Zitat von sich weg auf Jesus hinwies, wir lesen davon in Johannes 1, Vers 23, so bekommt er nun von Jesus auch wieder ein Wort von dem Propheten Jesaja zugerufen. Diese Worte kamen zurück zu Johannes. Wir haben darüber keine Aufzeichnungen, aber wir können es uns gut vorstellen, was das für ihn bedeutet haben muss. Denn diese Antwort war eine Bestätigung, wie sie nicht größer hätte sein können. Ja, Johannes, ich bin der Messias. Du hast die Aufgabe erfüllt, die Gott dir gegeben hat. Du hast jeden auf mich aufmerksam gemacht. Du hast mir den Weg geebnet, und es war nicht umsonst. Dein Zeugnis ist festgehalten für alle Zeit, und die Welt hat es gehört, dass ich in der Tat der Sohn Gottes bin, der für die Sünden aller derer stirbt, die mir vertrauen. Friede sei mit dir, Johannes. Ich sehe dich im Paradies. So ähnlich mag die Antwort von Jesus geklungen haben. Johannes wusste sich getragen, auch im Zweifel. Jesus vergleicht Johannes mit einem glühenden Docht, der nicht ausgelöscht wird, und mit einem eingeknickten Rohr, das nicht abgebrochen wird. Du magst dich manchmal wie ein glühender Docht vorkommen. Das Feuer brennt nicht mehr. Oder besser gesagt, es ist nur noch eine kleine Glut vorhanden. Jesus will dich berühren, deinen Glauben stärken und durch den Hauch des Geistes dich neu entfachen. Komme wieder zum Brennen. Erlebe Jesus auf eine ganz frische Weise, und du wirst wieder ein freudiger Zeuge für ihn sein. Oder aber du bist wie ein eingeknickter Halm. Es kann sein, dass eine schwere Lebenserfahrung dich eingeknickt hat. Oder du wurdest von Menschen eingeknickt. Dein Vertrauen auf Menschen war zu stark. Du musstest die ernüchternde Erfahrung machen, dass es nicht hilft, auf Menschen zu bauen. Du bist eingeknickt, enttäuscht, entmutigt. Aber dann kommt zu Jesus. Er ist dein Freund, dein König, dein Priester, dein Prophet. Er hilft dir, alles wieder neu und richtig einzuordnen. Er ist der starke Fels, und er richtet dich wieder auf. Du wirst geheilt. Der Knick darf gesund werden. Wenn Zweifel kommen, dann höre nicht auf, die Bibel zu lesen und zu beten. Du kannst dich auch einem guten Freund und Mitchristen anvertrauen und mit ihm über deine Zweifel reden und gemeinsam beten. Du wirst wie Johannes der Täufer erleben, Friede kehrt in dein Herz ein. Du darfst weiter glauben und dich freuen über deinen Herrn. Amen.